blueline blueline da hinten kamen auch so viele bike strecken runter also irgendwie das ist echt einfach crazy hier wir checken jetzt mal die blueline ab schreiten schreiten ok Okay. Oh! Okay, 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 okay! Ah, okay, das war eigentlich irgendwie ein Treble. Auch irgendwie ein Table. Halt auch crazy Steinfelder in der blauen Line. Ach, krank. Das ist auch einfach wieder so ein Fall. Das ist Neonimmerblau bei uns. Die heißt auch noch Blue Line. Und du hast halt Steinfelder drin, es ist steil. Das Panorama ist natürlich brutal. Da hinten... Junge! Das Allerschlimmste ist eigentlich echt die Bremswellen. Was ist denn hier? Tretpassage? Das Tretbar-Paket. Man weiß halt einfach nicht, was einen hier erwartet. Meter langer Wallride. Das habe ich eben schon vom Lift aus gesehen, glaube ich, hier. der Wurzelsteck hier. Der Wurzelsteck. Der Bremswellensteck. Der Wurzelsteck. Der Wurzelsteck. Outside-Inside-Line. Okay, okay, okay. Hier. Und hier. Alter, jetzt würde ich gerne schon eine Pause mal wieder anstreben. auch cool wenn man es kennt so Da droppt man hier in die Kurve rein. Also für Anfänger wäre es hier definitiv auch nicht so einfach vor. Also ich finde es schon, auch mit diesen Holzelementen hier und Steinen in den Kurven auch schon nicht einfach. Alter, leck mich am Arsch. Alter, also die Anfänger in Österreich haben es auf jeden Fall härter als wir. Ein Stückchen hoch. Was krasses ist irgendwie alleine hier. Was ist denn alles? Asphaltiert? Ich glaube es ist vorbei. Hast du das? Junge, bremsen, ne? Ach ne, hier sind noch ein paar Kurven. Ey, man ist die ganze Zeit auf der Bremse. Wie schnell pilsen denn andere hier lang? Bremsscheibe kann schon mal neu jetzt. Fuck, mir leid. Dann geht es da runter. 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 Damit wieder auf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.